Ich habe vom Herrn Wolf gesagt, ich soll so manche Sachen nicht fragen, das mache ich dann auch nicht, da bin ich dann auch Teamkollege, ich frage ihn nicht, deshalb du als Kapitän der Mannschaft, was und wann glaubst du, wird es endlich Wolf Nachwuchs geben? Okay, also ich habe eine Frage an Michael, wann wird es endlich dem Wolf Nachwuchs geben? Denn alle Leute sind hierher gekommen und zu wissen, wann es soweit ist. Der kleine Wolfi, der kleine Füßner, wann kommt es soweit? Wann ist es soweit, Michael? Und keine Ausreden diesmal, ich weiß, dass Steffi da vorne ist, also... Ich weiß gar nicht, warum es immer dieses Thema gibt, ich glaube seit drei Jahren, danke, danke. Ja, ja, was soll ich sagen? Also ich weiß noch nichts, schauen wir mal, das hat man schon mal, ne, schauen wir mal, wenn ich nächster hier stehe und schauen wir mal, wie weit es dann ist. Also das heißt, der Wolf ist im Training momentan.